und damit sind wir wieder am start mit by the division natürlich wie immer zu dritt mit der annie und der rabbi und wir wollen heute tatsächlich mal dazu kommen den jefferson placer anzugreifen aber das heute schaffen wissen wir noch nicht ja kann ja sein dass wir was dazwischen kommen wie diese neben ist irgendwo hier gerade durch rennen leute das nächste problem da ist der propaganda im weg dann genau das was ich meine dann kommt dass du mich dazwischen ist ja kein problem dann reise kommen ich komme unterwegs das sind doch 100 meter ich wollte mal da mache ich das so sich da vor dem lkw auf nämlich auch noch einer da war denn das soll grad hatten heilig achte es gelber drücken ist unterwegs ich hoffe ich glaube wir kriegen besuch gerade im rücken ja drei stück wenn ich es richtig gesehen habe mehr aus ja ich muss immer gerade weg sonst am bus sitzt noch einer irgendwo so da muss immer noch einer sein ich sehe den hier danke diese so dann Warte mal, die Laufsprecherstellung ist hier. So, etwas mehr als die Hälfte. Ich glaube, von Andys Seite kommen auch noch welche. Ich glaube, da hinter der Absperrung sitzt noch einer. Ach, der ist... Reddy, wo bist du? Sie ist recht neben dir. Jetzt sind wir quitt. So. Danke. So, wunderbar. Äh, hier muss noch irgendwo... Ja, hier ist noch mal eine Überbrückung für die Lautsprecher, wo genau... Das hört sich sehr wieder da hinten aus der Ecke an. Oh, da kommt einiges, ja. Sechs, sieben, sieben müssen es sein. Nein. Waffe leer. Übertragen wieder hergestellt. Sehr schön. Dankeschön. Ja, ich wollte es jetzt starten, die starten jetzt halt früh im Weg. Ja, wie gesagt, nehmen mit, was geht. Warum nicht? Ja, wenn es im Weg steht. Ich sage ja, es kann immer mal passieren, wenn wir auf einer Hauptmission sind, dass da eine Nebemission noch zwischendurch reinkommt. Das ist keine Nebemission, das sind Zufallsergeereignisse. Oder sowas, ja. Da vorne sind wieder Gegner. Ähm, ja, Jefferson Plaza sind aber auch nur 14 Meter weg, also das ist hier vorne links. Ja, sie sind direkt da vorne bei der Jefferson Plaza. Ja, ich sehe es. Genau. Gut, dann starten wir jetzt hier. Äh, wollen wir zu dritt versuchen, oder wollen wir noch ein Spielereien so, äh, reinholen? Per Spielmitosuch. Okay, dann rein damit. Abflug. Zug sabotieren. Sie müssen die True Suns daran hindern, die U-Bahn für den Transport chemischer Waffen zu nutzen. Ach, runter. Legen Sie also jeden Zug lahm, den Sie finden. Diese Munition darf nicht verteilt werden. Denken Sie daran, wie es dem Schloss ergangen ist. Gegner voraus. Ja. Ich will das. Ja, ich will das. Willst du da ein Schauschütze? Der Schauschütze ist weg. Ich hab den Headshot verpasst. Ja, der hat auf einmal volle Energie und da war er futsch. Da hast du sauber getroffen. Ich hab auch ein Schauschützengewehr dabei. Kann er zurückgraben. Richtig. Kamer, ne? Munition. Ja. Dann weiter. Gegner. Ach, schiesst doch. Warten schmeissen. Ja, aber sie sind viel effektiver, wenn die die nicht gerade zu oben merken, als wenn man zuerst schiesst. Achter von rechts kommt noch einer. Gute viertel Leben nur noch. Weg. Jawoll. Da kommt noch einer. Irgendwo gerade zu. Hälfte. Da steht aber noch einer. Hey. Ich zieh mal in Deckung, Kollege. Ich zieh mal in Deckung, Kollege. Irgendwo. Kommst du hierher? Das brauche ich nicht. Da muss ich nicht aus der Deckung raus. Siehst du doch. Ja. Ich hole dich. Bleib dich. Ich hole dich. Ich hole dich. Bleib dich. Sauber. Wir haben Wilson eventuell vor dem Haupteingang zur Mall entdeckt. Wir müssen diesen verdammten Hurensohn erledigen. Von ihnen aus gibt es keinen direkten Weg. Also müssen sie durch das Hotel in die Mall gelangen. Okay. Dann machen wir das doch. Hier ist der Schalter. Ich hole die Munition. Wir müssen die Kampfmittel sichern. Negativ. Die U-Bahn ist nicht sicher. Such den anderen Weg. Drohne. Gleich bist du tot. Erständet eure Munition. Da oben ist noch einer. Oben rechts an der Treppe. Ja unbedingt. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich muss gleich mal ausmisten nach der Mission. Ich kann kein Dings mehr aufnehmen. Nein. Da krieg ich eine andere Deckung? Dann stehst du nicht im Weg an hier. Nein! Jetzt muss ich hinter dem Heer! Ich fass auf dich auf! Nett. Ich hab was im Schlafschützen gewehrt. Ja. Ja, 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 ich muss hier weg. Ah, verdammt. Hoi, bis ich mich immer tue. Mit X und Kreis. Ich kann jetzt mit Kreisentdeckung gehen bei manchen Spielen. Da ist die Gewohnheit mit drin. Pass auf, da könnte euch was in den Rücken fallen. Da kommt immer noch was. Hm, warte, dann nehme ich den Weg zu Ani. Ich hoffe, dass ich das ohne... Nein! Jetzt hat's mich noch erwischt. Ah, gut, wunderbar. Ja. Ich hab' die Chance. Äh, nee. Ja, wenn's nicht sicher ist, dann lass. Dann schau' ich gleich dazu. Ich hab' eh nur noch 15 Sekunden. Dankeschön. Dankeschön. Dann hol mir neue Munition. Das wäre super. Dann hol mir neue Munition. auch schnell laus. Wie sieht es bei dir aus? Ne, ich habe 60 im Tablet, ich muss ja das wissen. Ich habe auch 60, aber ich habe schon wieder relativ viel besetzt. Zeugs dann an die Projekte weiter. Man muss ja nicht alles. Ich mache immer nur so das Grüne und das Blaue weg und das Violette und das Gelbe wird behalten. Hier kriegst du ja Materialien, wenn du zerlegst. So, die ganzen Kram auch weg tun. Ich habe ein gelbes Scharfschützengewege gekriegt. Oh, sehr gut. Aber das ist ein paar Stufen drunter. Fallschirmjäger heißt das. Okay. So, ich bin wieder gerade da. Soweit. Dann komme ich mal zu euch. Dann gehen wir weiter. Achso, ihr seid davor lang durchgegangen. Okay. Das war ein bisschen verwirrend. So, jetzt bin ich bei euch. Ja, jetzt können wir weiter. Du bleibst chill. Dreck scham kannst du behalten. Ja, hau ab! Geh nach dort! Genau. Da ist ein Aufzug, der sie in die Mall bringt. Wilson ist noch am Eingang und hat offenbar ein Mörser-Team bei sich. Sicher die Mistkerle, die das Schloss angegriffen haben. Wilson, der ist der Ding bei Arrow hieß doch so Wilson, ne? Ist der auch ein knappen Typ? Den Namen gibt es glaube ich besser. Es gab da irgendwie diesen Jungen mit dem Dennis, mit dem Nachbar oder so. Die hieß ja auch Wilson oder nicht. Wo war das nochmal? Es gab irgendwie kein Zeichentrick für mich. Die hieß ja Nachbar, die Wilson. Ich war Dennis, die ist der Film. Sie haben hier die Erwachsenen. Dann kann ich hier ja auchускammen machen. Dann kann ich hier in den Minuten rumführen. Und dann kann ich hier einfach consigern gehen. Ich bin allein. Und da ist einfach so schlimm. Und da ist ein T-Tatn. Und dann kann ich mich ein bisschen ausziehen. Und dann kann ich auch das jetzt auch noch an weekenden. sehr schön da muss aber noch einer sein irgendwo das ist ein geschütz oder so ja ich habe nur violett gesehen oder geht es hier weiter die ist offen weg ist frei quasi labor finden warte ich wechsle dass wir was mit rüstung noch recht so was mit granaten vorsicht ja gelbe rüstung sein die violette kommt von der seite flanke ja ich habe gut jetzt eigentlich ist er mit zwei leuten gut jetzt hier was immer auffüllen und dann geht es hier weiter ja 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 da muss immer recht auf dem boden liegen Jawoll. Da oben ist noch ein Sunny. Fast tot. Jetzt tot. Ich schicke ein Team, um den Rest zu zerlegen, sobald sie abgezogen sind. Tja. Hey, hey, hey. Die Explosive ist wieder alles. Puh. Da kommt Granaten links von rechts irgendwo. Ja, das war jetzt wieder mal eine schöne Richtung zentelnde Granate. Ich verhalte deine scheiß Granate. Tot. Also sie, nicht ich. Warte mal. Warte mal. Oh. Wo muss er hier noch was sein? Ich hab mal nicht gehört von hier irgendwas. Da ist einer. Oh, der ist gespawnt. Endlich gesehen. Zauber. Ei, 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 ich hab's auch erwischt. Scheiße. Tot. Okay. Dat hat grad mal... Ja, wenn Abby nicht dort oben gewesen ist, hat mich geholt, oder hättest du mich geholt, wo ich zu dir gekochen bin, hat mich noch gelebt. Was ist mit mir? Ich war bei euch beiden. Du warst oben, da konnte ich nicht draufkriechen und Kevin ist doch einfach... Ja, dann sag doch ein Wort, dass du top bist, was auch das wisst du. Aber wie schade du, Abby, ich bin tot. Nein, hab ich nicht gehört, ich geh nachher rein. Nein, alles gut. Nein, du behauptest nicht mehr zu sagen. Nein, nicht alles gut, überhaupt nicht. Weil es stimmt nicht, was du behauptest. Wow, du bist aggressiv heute schon gesagt. Ja, immer bin ich schuld. Du hast gar nicht gesagt, du bist tot. Ich sag doch gar nicht, dass du schuld bist. Nein, hast du nicht gesagt. Nein, ich hab gesagt, die Raps. Ja, Raps, was soll ich ahnen, wenn du Raps sagst? Top. Ich hab vorhin gesagt... Nein, hör auf zu lügen. Ja, genau. Ich bin jetzt mit Kevin weiter. Ja. Ich hab tatsächlich nicht mitgeschnitten, dass du bei mir warst. Ja, schau dir, ich bin vor deiner Nase. Ja, voll schön. Scheiss Schaum. Es gibt gleich auf, kommt niemand. Nein! Nein, warst du nicht. Du dumm, ey. Ich stehe hier ohne Deckung alleine da. Blöde Gurke. Ich geh jetzt hin und hol die. Ich weiss, du hättest es ja nicht aufgegeben, wäre es eh schneller gegangen, als ich mich blieben habe. Nein, man muss dem Team schaden und aufgeben. Nein, jetzt... In gegen drei keine Chance. Ich bin auch tot. Ja, ich schreck auch gleich, ey. Ich muss dreimal Danke sagen, du weisst wem. Kevin, bleib da. Ich bin extra zu euch gegangen, ja. Dankeschön. Bitte. Jetzt sehen wir noch in Schaumheini rum, oder was? Hört sich das so an. Das heißt, ich hab nichts mehr zum holen. Äh, äh... Keine Heidungsüge mehr. So. Sehr schön. Jetzt fehlt nur noch der Boss. Was rauscht denn hier so? Ja. Oh, no. Oh. Ah. I. Okay. So. Oben. Aua. Oh, ich muss mal raus, dass diese Explosions- Alter, womit schießt der denn hier rum? Kanadwerfer oder was ist das? Oh Gott, wie geht sie holen? Oh Gott, wie geht sie holen? Oh Gott, wie geht sie holen? Oh Gott. Ich hab einen Bug gehabt. Was ist denn für ein Bug? Ähm, irgendwie hatten die was in der Hand. Ich konnte nicht mehr schiessen und nicht mehr wegrollen und nicht mehr in Deckung gehen. Nix. Alter, wo kommt die? Bis ich tot war. Ja, mich hat es gerade auch erwischt. Was wirft die denn da? Oder was habt ihr denn? Granatwerfer, die, glaube ich, die ganze Zeit. Die tun mir richtig weh, die Dinger. Kommst du nach hinten, Kevin? Ja, ja, ich bin... Bleib stehen, bleib stehen, ich bin schon dran. Achso. Ich bin jetzt hier zum nächsten gegangen. Okay, danke schön. Warte mal, ich gehe nach einem anderen Ort. Nimm die Deckung, ich ziehe einen weiter. Oh, dieser Granatwerfer da oben. Okay, das geht mir nicht schon. Ich habe schon ein bisschen gehört. Jawoll. Achtung, Runde 2. Jetzt wird es richtig lustig. Jetzt hat mich der Boss dabei. Oh. Oh, sie hat noch einen Schatzschütze oben links. Jawoll, ist tot. Dankeschön. Das hat Kelso gerade bestätigt, dass die Überlebenden aus dem Schloss sicher in der Dachsiedlung angekommen sind. Was passiert ist, ist passiert. Aber wenigstens wird es dank Ihnen nie wieder geschehen. Gut. Jetzt möchte ich auch mal kurz meinen Charakter mal anpassen, ob er da noch so drin ist. Vielleicht ist er noch ein bisschen weiter an Stärke drin. Wahrscheinlich ja. So. So. Okay. den ganzen scheiß immer zerlegen für nämlich auch immer so dass das das auch drinnen konnte übrigens beiden kleinen so beim rucksack zu noch ein farbschema ein dann auf quadrat okay mit ist da kann ich nicht weiter modden die waffe so und wenn man ja noch überhaupt 17.000 rüstung 10.000 energie wird 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 so zugangsschlüssel entdeckt jetzt bist du dran vielleicht wenn es zu klamotten ich habe ich habe schon mehr Danke. Ich glaube, ich habe was gefunden. Ja. Gut. Dann soll es das gewesen sein für heute. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.